Oh, der kleine Alex. Alles okay? Du solltest dich nicht verstecken. Ich bin sicher. Es hält sich alle schlechte Sachen aus. Ich schaue Pillen und Blankete gegen sie. Vielleicht würde ich dich nicht schützen können. Sieht aber sehr stabil aus. Sieht ziemlich stabil. Ich hoffe, es hat dich schön und sicher für lange Zeit gehalten. Das ist gut. Es muss sein. Weil von... sie. Ich weiß, was diese Monster da draußen sind. Einer zu gehen. Grandma hat mir über sie gesagt. Die haben Angst vor mir. Jeder hat mal Angst. Ja. Es passiert manchmal bei allen. Aber mein Vater ist nicht Angst vor ihnen. Ich habe ihn erwartet. Woher ist er? Warum hat er mir nie wehgetan? Er hat mir nie wehgetan. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Dein Dad ist immer noch dein Dad. Nein. Dein Dad wurde nicht einer von ihnen. Er ist immer dein Dad. Du hast die Wahrheit verdient. Auch wenn es hart ist. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. So. Jetzt aber los zu Paige. Ah, Herrgott. So. Äh, ansehen, Größenmarkierungen. James Fairbanks. Alex Fairbanks. Hört doch mal auf damit. Ihr blöden Kinder. So. Ähm. Wollen wir uns erstmal anquatschen? Komm, wir quatschen uns erstmal an. Sam möchte sich wehren? Sam möchte sich wehren? Du wirst schlafen? Norma hat mehr Leute, mehr Schäden. Es gibt keine Art und Weise, dass wir in diesem Kampf gewinnen. Ich weiß nicht, warum Sam denkt, dass sie ihre Brüder hier beschützen kann. Das ist nicht der Grund, warum du gehst. Das hier ist dein Zuhause. Das ist dein Zuhause. Du kannst James und Alex nicht verlassen. Sam braucht dich hier. Hm. Na komm schon. Wir bleiben. Wir machen es so, wie Sam sich das wünscht. Ich hoffe nur, dass sie auch bleibt. Und dass wir das hier irgendwie halbwegs unbeschadet überstehen. So. Was gibt's hier noch Schönes? Nichts. Ich laufe mal so einen Tacken schneller. Hallo? Das ist so ein bisschen hakelig hier, wenn man so durch die Gegend stiefeln muss. Kommode, Schublade öffnen. Ein Brief. Hey, du siehst wirklich glücklich zusammen. John. Take care of our children and take care of yourself. I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. I can't stand watching you and the kids suffer. Knowing what's going to happen to me. And what I'll become. Better to spare you that pain. I love you more than anything. Sophie. Boah, warum ist das so krass? Oh man. Ach. Ja gut, was hätte sie tun sollen, ne? Was hätte sie tun sollen? Zum Zombie werden und dann vermutlich ihre Kinder anfallen oder so? Geht ja auch nicht. So, dann kann ich hier auch wieder runter. Hier kann ich... Hier kann ich auch wieder runter. Aber warte mal. Ich guck nochmal kurz. Da war der Jung drin, ne? Genau. Das denke ich auch. Hier ist auch sonst nichts. Dann stiefeln wir wieder runter. Ich bin aufgeregt. Das achte ich dir. Oh, Michonne. Ich schaue Alex. Habt ihr ihn gesehen? Nein. 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 Nein, 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 nein. Er erschießt ihn. Achso, ne warte mal. Alex ist im Wandschrank. Genau. Das war der. Gut. Gut, gut, gut. Der andere war ja der James mit der Knarre. Ja. Verdammte Erinnerungen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Sam, bist du okay? Greg und Dad, ich einfach nicht weiß, was zu sagen. Vielleicht eine Schalke-Minute, ich kann sowas nicht sagen, was sie dir bedeutet haben. Ich weiß nicht. Vielleicht musst du nichts sagen. Es ist okay, einfach hier zusammen zu sein. Ich gebe dir einen Moment. Na, geht so. Ich mache mir Sorgen um Peets Crew, ich denke an meine Kinder. Die erscheinen uns ja sehr oft. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen passiert. Ich weiß nicht, was ich mit ihnen passiert. Ich weiß nicht, was mit meiner Familie passiert. Ich habe mir gedacht, dass sie mit ihnen zusammengebracht hat. Ich kenne das Gefühl, man sucht sich dann von mir aus, das eine oder andere. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe versucht, es zu beginnen, aber es fühlte sich irgendwie... ...dysrespektvoll zu der Familie, die ich verloren habe. Sehr schön. Das freut mich. Hm. Aha. Genau. Schön. Vielleicht. Genau. Hoffentlich wird das was. Wir werden. Okay. Möge die Schlacht beginnen. Ich kann einen klaren Schuss aus der Frontgabe von oben. Ich werde dich schützen. Ich werde dich für dich. Wenn ich kann. Nicht daneben schießen. Genau. Das ist das Schlimmste-Szenario, oder? Du besser nicht missen. Ich hoffe, ich nicht. Paige. Wenn etwas falsch geht, brauche ich dich zu James und Alex. Geh nicht so zu sprechen. Paige, bitte. Sam, du weißt, ich... Leute. Ich habe das Gefühl, dass diese Episode auch nicht besonders lang sein wird. Ich hätte ihm vielleicht den Mund zugeklebt. Das wäre klug gewesen. Haltet die Augen offen, provoziert sie nicht, seid bereit zu kämpfen. Genau. Ah, gedrückt halten, um das Tor zu öffnen. Na dann, los geht's. Hallo? Gib mir Pete. Wo ist Pete's Crew? Genau. Wo ist Pete's Crew? They're not far. Don't worry. They're fine. I know you're worried. So here. See? I can be reasonable. Thought you can get rid of me, huh? Nimm, nimm dein Ding. So. Oh nein, ist das so fies. Es ist fies. Er mag ein Arschloch gewesen sein, aber... Aber vielleicht kommen wir ja wirklich damit durch. Auch wenn's scheiße ist. Ja, gut. Verlange all deinen Leute, gib Randall heraus. Verlange einen von deinen Leuten. Komm schon. Nö. Es ist okay. Wir brauchen nur das, um zu Ende zu sein. Lass ihn weg, Gabi. Glad du bist sicher, Mann. Ich habe gut gemacht, auf meine Seite. Jetzt ist es deinem Wunsch. Übergebe Randall, verletze Randall. Ja, das ist eine gute Idee. Wir verpassen ihm einfach mal eine. So. Du willst das wiederholen? Randall ist nicht wert, all diese Scheiße. Gabi? Listen to me. Nachdem alles, was sie haben, hast du immer noch mehr chances gegeben. Wir deserve retribution. Nimm das nicht! Stop! Nein! Nein! Merto! Everyone, put your guns down. Nein! Tu es nicht! Stand down! Nein! Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. Please. You better get your people under control. Nein! Puh. So. Ich glaube... Knall ihn ab. Jo, den können wir gerne haben. Aber den Oak hätte ich wirklich gerne. Der, äh... Ist ein lieber Kerl. Okay, verlang Oak. Hand him over. I want Oak on his way over. He starts walking, and I send Randall out. Maybe you didn't hear me. Oh! Oh! Oak! Please, get up. Feuer! Jawohl! Bam! Oh, nein! Oh! Äh, Kuh. Kuh, Kuh, Kuh! So, los geht's. Okay, jetzt ihn. Schnell! Es sind nicht deine Kinder. Schieß! Es sind nicht die Kinder. Nein! Nein, nicht die Alte! Nein! Weg! Kuh! So, du blöde. Kuh, du. Schnell! Hey! So, aber nicht. Ich kann so schnell Kuh drücken. So fest kannst du gar nicht drücken. Du. Nee, so. So. So viel kann ich nicht drücken. Äh, eh. So, Weilung. Jawoll! Boah. Er ist die Alte, ne? So. Jawoll. Ah. Nein! 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 味 elise. wenigstens das soll sie bekommen